Wann nimmt man sich die Zeit, setzt sich hin, denkt über sich selbst nach und fragt sich die Frage, was macht mir eigentlich Spaß? Das Changemaker-Seminar gibt uns den Input, über die Zukunft nachzudenken. Was kann ich verändern? Was gibt es noch nicht? Sollte es aber geben? Und vor allem, was macht mich glücklich? Wir sind Lea, Torge und Sandra, haben vieles noch vor uns, aber haben auch schon einiges geschafft. Wir durften vor zwei Wochen Björn und Fabio kennenlernen. Björn und Fabio sind zwei Menschen, die uns gezeigt haben, was es bedeutet, mit der Musik einen Weg zu gehen, für den es noch keine Berufsbezeichnung gibt. Eine Frage lautete, die Welt bereisen oder die Welt herholen. Fabio und Björn haben mit und durch die Musik die Welt bereist, haben Menschen erreicht und bereichert und haben diese Erfahrung mit anderen Menschen geteilt. Und diese Erkenntnisse holen wir jetzt in unseren Podcast, sodass die Welt der beiden bei uns ist. Fabio Niehaus und Björn Krüger sind zwei Musiker und Musikvermittler. Björn steht seit 30 Jahren im musikalischen Berufsleben, hat allerdings nie Musik studiert. Er fand es während seiner gesamten Laufbahn mit am schönsten, mit dem, was er macht, andere Leute zu berühren. Sei es, weil sich jemand nach einem Konzert eine Gitarre kauft oder weil er musikpädagogisch jemanden begleitet und inspiriert hat. Die ersten 20 Jahre war er vor allem künstlerisch aktiv, unter anderem mit der Band Uncle Ho. Nebenbei hat er dann angefangen, ein bisschen Musikpädagogik zu machen, hat dabei Blut geleckt. Denn wo kann man seine Leidenschaft besser weitergeben als eben durch Musikpädagogik? Mittlerweile macht er hauptberuflich eben musikpädagogische Aktivitäten. Er ist kulturpolitisch aktiv und konzipiert Projekte. Sein Weg hat ihn als künstlerischen Leiter in den Kulturkindergarten Wuppertal gebracht, zu dem er vor acht bis neun Jahren die Idee hatte und der vor drei Jahren dann final eröffnet hat und mittlerweile auch als Vorzeigeprojekt in Wuppertal fest verankert ist. Ja, Björn hat sein erstes Jahr in Festanstellung mittlerweile hinter sich und wenn man mit ihm redet, hört man, wie glücklich er da ist. Er sagt auch selber von sich, dass er heute noch genau die gleiche Leidenschaft im Kindergarten hat, wie er mit 18 im Probenraum hatte. Fabio hat anders als Björn Musik und Sport auf Lehramt studiert und hat in dieser Zeit total viel ausprobiert. Unter anderem hat er in dieser Zeit die Band Feinkost gegründet, mit denen er auch viel gereist ist und unter anderem in Japan und Kamerun deutschsprachige Musik gemacht hat. Darauf wurde auch die PASCH-Initiative aufmerksam, die die Band dann gebeten hat, mit einer Kameruntour mit deutschsprachiger Musik zu machen. Und so ist Fabio in das Goethe-Universum eingestiegen. PASCH, das ist eine Initiative des Auswärtigen Amtes und bedeutet so viel wie Schulen, Partner der Zukunft. Nach dem Studium hat Fabio verschiedene Jobs gemacht, unter anderem als Musikschullehrer, Live-Keyboarder und als Musikproduzent bei 106 Hertz. Er hat außerdem die Firma bzw. das Bildungsinstitut Erfinddenker gegründet. Deren Ziel ist es, deutsche Sprache im In- und Ausland mithilfe von Musik zu vermitteln. Sie vermitteln zum Beispiel phonetische Besonderheiten der deutschen Sprache mithilfe von Songs. Das Ganze geschieht im Team-Teaching und bisher waren sie in 37 verschiedenen Ländern unterwegs. Die Erfinddenker arbeiten noch heute eng mit der PASCH-Initiative zusammen und auch mit der Zentrale für das Auslandsschulwesen und dem Goethe-Institut. Sie haben verschiedene Workshop Formate entwickelt für unterschiedliche Altersklassen. Fabio sagt auch selber, dass eine frische Energie entsteht, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, mit denen man vorher noch nicht gearbeitet hat. Ja, vielen Dank, Lea, für den kurzen Einblick in die wirklich spannenden Biografien von Fabio und Björn. Die beiden haben uns auf jeden Fall dazu angeregt, auch über unsere eigene Zukunft nachzudenken, über unsere eigenen Ziele und wo wir hinwollen und auch darüber, wo wir jetzt sind. Sandra, wenn ich dich nun fragen würde, wo siehst du dich in fünf Jahren, wie würdest du antworten? Ja, danke, Torge, für diese sehr spannende Frage. Und als mir früher immer diese Frage gestellt worden ist, zum Beispiel in der Schulzeit, Sandra, was möchtest du mal machen, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo siehst du dich in zehn Jahren, möchtest du mal ein Haus haben, eine Familie, habe ich immer geantwortet, dass ich es schön finde, nicht zu wissen, wo ich in fünf Jahren bin. Ich fand es aufregend, einen Weg zu haben, der nicht durchgeplant ist und wollte mir die Freiheit geben, neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und auch kennenzulernen. Jetzt sehe ich es ähnlich, doch es hat sich bei mir ein bisschen gewandelt, denn es ist mehr Druck dahinter. Mit 17 wusste ich, dass ich in fünf Jahren wahrscheinlich Studentin bin und irgendwas mit Musik mache. Jetzt weiß ich, dass ich in fünf Jahren wahrscheinlich keine Studentin mehr bin, aber hoffentlich etwas mit der Musik gefunden zu haben, was mich erfüllt und womit ich auch Geld verdienen kann. Ah ja, das heißt tatsächlich der Reiz darin, nicht zu wissen, wo genau es lang geht, der ist dir erhalten geblieben und du bleibst motiviert, du bist dabei, du baust deinen eigenen Weg dir zurecht mit der Musik. Genau, was ich vielleicht sagen kann, ist, dass ich auch einmal als Gast in ein Seminar eingeladen werden möchte, was Changemaker heißt und ich als Changemaker gesehen werde und meine Erfahrungen mit anderen und mit neuen Studierenden teilen kann, die vielleicht jetzt noch in den Kindergarten oder zur Schule gehen. Ah, das heißt, wir können gespannt sein, was nach dem Studium bei dir passiert. Ich hoffe. Was würdest du sagen, hat dich jetzt konkret an Fabio und Björn inspiriert? Sie haben mich inspiriert, weiterhin inspiriert vom Leben und von Menschen zu sein. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen und über die Sachen nachzudenken, die einem gefallen und versuchen, diese Sachen zu verbinden und zu schauen, wie man dies ermöglichen kann in späterer Zukunft. Ja, was macht dir Freude? Ja, das ist auch eine Frage, die einem nicht so oft gestellt wird. Was macht mir wirklich Freude? Mir macht der vermittelnde Aspekt Freude die Chorarbeit, die Arbeit mit Kindern, das Klavierspiel natürlich, das professionelle Musizieren, die Kunst im Allgemeinen. Ich interessiere für Lyrik, für Malerei, für Ballett und ganz doll auch für den interkulturellen Austausch. Fabio hat die Welt ja mit der Musik bereist, wie Lea schon erzählt hat und hat vielen Menschen Musik gegeben. Und die ganze Zeit dachte ich, ja, so etwas möchte ich auch machen, so etwas will ich schon immer machen und auch schon früher dachte ich, ja, wie kriege ich sowas hin? Doch immer war die Sorge da, ist das ein Beruf? Braucht man da nicht Glück? Brauche ich da nicht Kontakte? Durch e-Mail bin ich jetzt zum Beispiel draufgekommen, die Homepage des Goethe-Instituts mir mal anzugucken und ich habe gemerkt, dass dies meinen Vorstellungen schon einen Schritt näher bringt. Ein Schritt ist wertvoll für die nächsten Schritte. Wie könnte es weitergehen? Ist dir da im Allgemeinen irgendwas hängengeblieben von den beiden? Ja, und zwar das Ja sagen. Das Ja sagen, ja. Genau, Ja zu der Welt, Ja zu verschiedenen Menschen, Ja zu verschiedenen Projekten, Ja zu mir selbst. Wow, ich glaube, da haben wir alle drei was gemeinsam hier tatsächlich. Lea, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ja sagen, sich trauen, auch Dinge zu machen, die man vielleicht, ja, wo man noch nicht so das Vertrauen hat, dass es auf jeden Fall gut geht. Das haben ja auch Björn und Fabio beide gesagt, dass sie das immer wieder ins kalte Wasser gesprungen sind und auch mal alles auf eine Karte gesetzt haben, auch wenn man nicht weiß, wie geht das am Ende? Geht das gut? Genau. Ja, wow. Und Lea, was würdest du sagen, ist dir für deinen persönlichen Lebensweg hängengeblieben? Was nimmst du mit für die Zukunft? Mir ist nochmal klar geworden, wie vielfältig die Musikvermittlung eigentlich ist. Ich meine, Björn und Fabio und auch wir drei haben irgendwie alle gemeinsam, dass wir was mit Musik machen, mit Musikvermittlung. Ja, aber trotzdem gab es eben auch verschiedene Unterschiede und bei Björn und Fabio sind mir zwei konkrete Sachen aufgefallen. Einmal kann man eben wie Björn einen Ort nachhaltig, sichtbar, fest in der Stadt verankern, eine gewisse Institution schaffen, wie den Kulturkindergarten, der dann ja längerfristig vorhanden ist an einem Ort oder eben wie Fabio kurze Impulse an verschiedenen Orten setzen und damit eben auch die Welt bereisen. Das finde ich genau wie Sandra total interessant. Genau, das ist so der eine Punkt, wo ich auch sage, da kann ich für mich noch nicht entscheiden, was finde ich besser, weil das beides irgendwie eine Daseinsberechtigung hat. Ja, der zweite Unterschied, der mir aufgefallen ist, sind, dass es verschiedene Gründe gibt, um Musik vermitteln zu wollen. Ich fand es total beeindruckend, wie Björn für die Musik lebt und das auch, indem er redet irgendwie, ja, ausdrückt. Da ist einfach ganz klar, der vermittelt Musik, weil er Musik toll findet, weil das für ihn eine Bereicherung ist und weil er diese Bereicherung an andere Menschen weitergeben möchte. Und Fabio hingegen nutzt die Musik auf eine gewisse Art und Weise als Medium für ein anderes Ziel, für die Sprachvermittlung. Das heißt jetzt nicht, dass da keine Begeisterung für die Musik vorhanden ist. Die ist natürlich genauso da, aber es steht eben noch, ja, ein anderes Ziel, nämlich die deutsche Sprache lernen im Vordergrund. Und ich finde, dass man diesen Aspekt auch total schön in anderen Bereichen weiterdenken kann. Zum Beispiel für den interkulturellen Austausch, der sich in Fabios Schaffen ja auch automatisch dadurch ergibt. Ja, das hat ja auch Sandra schon gesagt, dass der interkulturelle Austausch was ist, was man mit Musik erreichen kann. Und ich glaube, Musik, Kultur, Theater, du hast ja auch gesagt, Ballett, Lyrik etc. ermöglicht da eben Wege im gesellschaftspolitischen Bereich. Kann man sich irgendwelche Themen kreativ verarbeiten? Musik kann das Selbstbewusstsein stärken und die Gemeinschaft, psychische Gesundheit stärken. Und da gibt es, glaube ich, total viele Wege. Und in welcher Form dann letztendlich, ob an einem Ort gebunden wie Björn oder eben nicht wie Fabio, das muss dann, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ja, danke, Lea. Da hast du wirklich viele wichtige Sätze gesagt. Aber Torge kann genauso viele wichtige Sätze sagen. Torge hat bis jetzt ja moderiert. Aber Torge war genauso bei dem Seminar vorhanden und hat viele Sachen aufgesaugt. Ja, Torge, was hat dich begeistert von Fabio und Björn? Auf jeden Fall, mich hat die Begeisterung der beiden begeistert. Wenn man sie halt Reden hören und ihren Erzählungen gelauscht hat über ihren Werdegang und auch wie sie die Rückfragen von uns allen beantwortet haben, die sind wirklich mit Inbrunst bei dem, was sie tun, dabei. Und ich selbst stecke noch im Studium und weiß auch nicht, was jetzt danach folgt. Wird es die Schule? Wird es die freischaffende Tätigkeit? Ja, da bin ich noch nicht entschlossen. Und eigentlich kann ich mich auch noch ganz gut damit anfreunden. Nur ich weiß, das Studium endet demnächst. Und Sandra, du hattest vorhin schon zunehmend den Druck erwähnt, wenn man nicht weiß, was kommt. Aber mir gefällt es trotzdem, nicht zu wissen, was kommt. Auch, ebenso wie dir. Und Fabio und Björn, die haben mich nun irgendwie darin bestärkt, einfach auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Ich weiß, was ich gerne tue und was ich gerne mache. Ich weiß von meinem musikalischen Schaffen auch, dass ich es total gerne vermittel und dass ich meine eigene Begeisterung dafür gerne weitergebe. Und das trotz meiner Zweifel, ob eine Schule oder eine feste Institution für mich der Ort sind, wo ich landen möchte. Ich weiß, dass ich gerne weitergeben und gerne weiter das tun möchte. Und einfach keine Angst vor dem Ungewissen zu haben, zuversichtlich darauf zu sein, dass Projekte oder, wie soll ich sagen, Wege, die sich auftun, die man in Angriff nimmt, aus einer Begeisterung heraus, dass das klappen kann und dass das gut wird. Dass man, wenn man erstmal einfach loslegt und Ja sagt, dass man dann einen wunderbaren eigenen Weg finden kann, der einen glücklich macht und einen erfüllt. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, den ich von Fabio und Björn für mich aufgesaugt habe. Das ist wirklich besonders spannend, gerade jetzt mit den beiden als zwei Typen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen in den musikvermittelnden Bereich gelangt sind. Einmal, um es kurz zusammenzufassen, man schaut sich Fabio an, der so wie wir in dem Seminar hier in Hamburg als Musikstudent sich entwickelt hat und auch schon breit ausgelebt hat. Und dann durchaus aus einer anderen Richtung kommt ja Björn, der während der Schulzeit schon einfach getrommelt hat und in seinen Bands gespielt hat. Aber, wie soll man sagen, eigentlich als nur autodidaktischer und nur spielender Musiker irgendwie durchs Dranbleiben auf den großen Bühnen war und von dort aus seine Begeisterung für die Musikvermittlung in sich entdeckt hat. Das sind zwei verschiedene Richtungen, finde ich. Und wo man auch ist, ich habe irgendwie gemerkt, es geht alles. Es geht alles. Man muss nur anfangen. Man muss es einfach machen. Man muss Ja sagen. Ja, da kann ich gleich nochmal reinsteigen, weil ich finde, auch du hast wieder so super Sätze gesagt, die ich genauso sehe. Und das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, Fabio meinte, dass das Ziel bedeutet, ich zu sein. Klingt natürlich sehr poetisch, sehr romantisch, aber auch er hat, wie ich finde, oder wie wir finden, recht. Denn die Ziele definieren sich immer neu, weil die Wege dahin sich auch neu definieren. Die sind spannend und geht man nicht den Hauptweg, geht man den Pfad und schon ist wieder ein neues Ziel entstanden. Aber trotzdem sollte das Ziel sein, ich zu sein und vielleicht auch nochmal auf die Anfangsfrage zu kommen. Was macht mir Spaß? So plump, wie sie klingt, so schön ist es, wenn wir vielleicht einen Beruf finden, der uns so erfüllt wie die beiden. Denn das können wir abschließend sagen, die beiden sind sehr glücklich. Vielen Dank, Sandra, das hätte ich nicht schöner sagen können. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Nächste Woche könnt ihr euch auf Jens Bracher aus dem MHL Career Center freuen, der interviewt wurde von Melissa und Johanna. Das wird auch bestimmt eine ganz spannende Podcast-Folge. Vielen Dank und bis dann.